Ein ganz normaler Morgen in unserem Filmstudio, passend zum frisch gekochten Kaffee, ein brandneuer Auftrag. Wir lieben Herausforderungen wie diese, denn in Wien gibt es 30 Häuser zum Leben. 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 8.500 Bewohnerinnen und Bewohner, davon knapp ein Drittel Pflegeplätze, mehr als zwei Drittel Plätze im betreuten Wohnen, umgerechnet sind das 55.000 Mahlzeiten pro Tag. Um zu verstehen, was die Häuser zum Leben wirklich sind, ziehen wir für eine Nacht dort ein. Und Action! Unsere Wohnung. Geräumig, hell. Hier können wir uns auch zu zweit so richtig wohlfühlen. Aber jetzt geht es für uns erst einmal auf große Erkundungstour. Zu Fuß oder mit dem Rollstuhl, hier führen alle Wege zum Ziel. Barrierefrei, versteht sie. Und wer besondere Unterstützung benötigt, bekommt sie hier auch. Zugegeben, mit so viel moderner Technik haben wir nicht gerechnet. Frau Ilse nimmt uns mit auf eine virtuelle Reise. Heute in ihre Vergangenheit. Frau Hertha surft schon wieder im Internet. Am liebsten chattet sie per Video mit ihrer Familie und holt sich Tipps von ihrer Enkelin. Die ist nämlich Physiotherapeutin. Aufbautraining, zum Beispiel nach Krankenhausaufenthalten, bringt Lebensfreude zurück in den Alltag. Wir wollen es auch ausprobieren. Hier dreht sich alles um Entspannung. Und Action! Im Hausclub testen wir unsere Geschicklichkeit, lassen unserer Kreativität freien Lauf und beweisen Teamgeist. Und genießen! Endlich kommen wir zur schönsten Sache des Alters. Okay, zur zweitschönsten. Zum Essen. In allen 30 Häusern wird täglich frisch gekocht. So schmeckt uns das. Auf unserem Verdauungsspaziergang treffen wir Holly. Und Frau Hubers Hektor. Dann bringen wir den Ball ins Rollen. Diese Menschen mit demenzieller Erkrankung sind eine feurige Mannschaft. Tor! Überall erleben wir Offenheit, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Hier zu arbeiten ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr als nur ein Job. Für uns ist es nun Zeit, das Haus zu verlassen. Baba Holly. Jetzt haben wir jede Menge Ideen und können mit unserem Imagefilm starten. Und Action! Und Action! Und aus dem Titelon Niput. Und jetzt haben wir den fucken, das Haus zu verlassen. Überall 3 oder 4, wo die Erkrankung ist. Und das ist das Ding, das ist das Ding, das ist das Ding. Und das ist das Ding. Und das ist das Ding. Und das ist das Ding, das ist das Ding. Vielen Dank.